Hier finden Sie das persönlichste Geburtstagsgeschenk Ihres Lebens. Meine Güte, was soll ich der oder dem bloß zum Geburtstag schenken? Vergessen Sie dieses Problem. Denn mit dem persönlichen Geburtstagsbuch überreichen Sie ein Präsent, das es noch nie zuvor gegeben hat. Überraschen Sie das Geburtstagskind mit einem Buch, das speziell als Unikat für Sie oder Ihnen angefertigt worden ist? Auf dem Titel etwa findet sich ein Porträtfoto und außerdem wird die oder der Beschenkte dort namentlich begrüßt. Das ist Individualität pur. Und so persönlich geht es im Inneren weiter. Nach der Gratulation folgt ein Namenszertifikat. Ein Rückblick auf die Entstehungsgeschichte des Vornamens, Namensvariante, Sternzeichendeutung und dann ein ausführliches Numeroskop. Es wird extra von einem Computer ausgerechnet und verspricht aufschlussreiche Erkenntnisse über den künftigen Lebensweg. Das persönliche Geburtstagsbuch hilft Ihnen, ein Geschenk zu überreichen, mit dem Sie in unvergesslicher Erinnerung bleiben werden. Das47me ist ein Geburtstagsbuch. Herr stoppricht stellt sich ummarken��릴, es geht um das Beïfurt. Vielen Dank.